Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Insurgent. So ja, letztens haben wir uns ein Chlorasson ge... Ach, ein Chlorasson haben wir uns geangelt. Ja, ein Chorallasson, Chorasson. Chorallasson, Alter, ich gehöre einfach mal ins Gesicht geschlagen, damit ich lerne, wie man Pokémon richtig ausspricht. Was wir heute so tun werden? Ja, ist eine gute Frage. Ich gehe mich mal heilen. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt schon wieder dahin zurücklaufen zu dieser einen Stelle und gucken, ob wir da wieder ein Pokémon fangen können? Ich denke nicht. Ist zwar wieder ein neuer Tag, aber ich denke nicht. Wir hatten beide schon gesehen, auch wenn wir gerne ein Stunky hätten, aber... Stunky. Stunky, Stunky. Ach, egal. Mann! Heute ist wieder nicht mein Tag. Egal, es muss ja auch nicht mein Tag sein, es muss ja euer Tag sein. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Da kann ich auch mal schon wieder was Witziges erzählen. Und jetzt ist eher für Minecraft eine Sache, witzige erzählen Sachen. Egal, das kann ich euch ja auch mal erzählen. Hallo. Ja, bevor ich das erzähle, werde ich erstmal noch auf ein wildes Pokémon... Moin, Meryl. Ich bin ja neuerdings ein Fan von Meryl. Wasserfee. Hallöchen. Ich habe diese Pokémon speziell gebrütet und sie sind stärker als jeder andere. Sie sind genetisch super. Latif. Okay, jetzt bin ich aber mal gespannt, mit was du hier für Pokémon kommst. Ja, es ist ein Pig Knight. Richtig super Latif, dieses Pokémon. Erstmal Shadow Sneak. Okay, Defense Curl. Dann setze ich halt Twister ein. Dum, dum, dum. Setze ich halt nochmal Twister ein. Super Pokémon hat der da. Super Pokémon. Pokémon habe ich richtig Respekt vor. Also, kann, können auch richtig viele Attacken. Dum, 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 dum. Chesco 22. Servine. Was machst du denn gegen Servine? Ja, lass ich. Der gute Pokémon Breeder Isaac. Im Zweifelsfall kann das Ding sowieso nichts. Ja. Ich habe das Gefühl, die lieben ihre Attacke und so zu boosten, ne? Aber in Wirklichkeit haben die gar keinen Bock auf das Spiel. Also, gar keinen Bock irgendwie zu gewinnen. Die sorgen halt einfach nur dafür, dass sie verlieren. Was nicht so... Luliv-Tornado. Das war ja jetzt... Da muss ich ja sagen, das war ordentlich. Das hat mir schon viel abgezogen, meine Freunde. Ist auch schwer, war das nicht. Ich bin doch mal weg. Hallöchen. Und los geht's. Den brauche ich ja nicht zu übersetzen. So unwichtige Trainer, solche Psychoköpfe. Spoink. Ja, gegen Psycho habe ich doch Spaß. Die One-Hit dich auch. Dum, 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 dum. Ich werde es noch bereuen, dass ich das alles mit Chesko mache. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass ich es bereuen werde. Ich sollte vielleicht mal auch meine Aufgaben machen. Ich schab russisch auf. Da musste ich eine Einladung schreiben. Aber... Ich muss erst mal aufnehmen. Das ist ja wichtig. Kadabra. Gegen Kadabra setzen wir Terror ein. Jetzt fragt ihr euch, wieso? Kann ich euch sagen, weil wir verwirrt sind. Und ich keinen Bock habe, dass Chesko sich wieder selbst ins Gesicht schlägt. Das wollen wir alle nicht. Nasetascha werde ich nicht mehr trainieren. Ich frage euch, wieso? Ja. Erstmal Terror getöten lassen, weil das ist auch wichtig. Nein, Nasetascha wird wahrscheinlich durch Corazon ersetzt. Sobald wir Platz haben, weil... Ein Doppeltyp Wassergestein ist besser als nur Gestein. Von daher, ne, macht Sinn. Und 23 für Chesko. Weiter geht's. Keine Müdigkeit vorschütten lassen. Ja, da kommen wir auch nicht hin. Hallo, kleiner Mann. Was ist denn los mit dir? Ja, der will, dass ich getwreckt. Und bin ich mal gespannt, wie du mich getwreckt. Mit nem Pijotto. Ja, Level 4er bräuchte eigentlich nicht einzusetzen. Ja, machen wir halt nen Twister. Wenn wir ehrlich sind, momentan hab ich nicht die Auswahl. Ich hab echt nicht die Auswahl. Hiobteil. Ich hab vergessen, was ein Hiobteil ist. So leid es mir auch tut, deswegen setz ich jetzt erstmal Corazon ein. Ach, Donner. Ja, äh, Helioptal. Ist natürlich mal wieder scheiße. Moment. Ah, er bin nicht Boden. Und Wasserattacken werden, wo kaum Schaden ausrichten können. Aber hab ich mit ihm nicht ne Attacke, die ordentlich Damage raushaut? Gucken wir mal. Hat's nicht gerade gesagt, du setzt Nase-Tascha nicht mehr ein? Hab ich. Ich tue es trotzdem. Nase-Tascha kriegt sowieso wieder, kassiert sowieso wieder hart. Mit 0,5 Recuracity kann denn eigentlich schon wieder nicht mehr gebrauchen. Thunder-Schock. Oh. In die Fresse. Wer charge dich weiter, währenddessen baller ich dir Steine in die Fresse. Oh. Noch mehr Steine. Ja, und da geht Nase-Tascha dahin. Dann kommt halt doch wieder Cesko. Ich verliere doch jetzt nicht. Jemand, der getwreckt schreibt, hat gar kein Recht, mich zu besiegen. Oh, der ist ja normaltypisch, Trottel. Twister. Oh mein Gott, dann geht der Attac auch noch daneben. Twister. Twister. Ach, komm schon. Ja. Und wer hat den Crit verdient? Wir haben den Crit verdient. Döhm, 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 döhm. Wir haben schon wieder Hälfte unseres Teams ist tot, aber dafür haben wir auch Potions. So. Dann geht's auch fröhlich weiter. Wir sind fast da, Leute. Weiter marschieren. Hopp und hopp und hopp und hopp und hopp und hopp. Okay. Ich geh dann mal in die andere Richtung. Ah, kann ich nicht. Aber ich leg mich mit dem Biker an. Hallo, Biker. It's on the toughest day come. Get off my way, you'll get hurt. Ja, das ist aber ein richtig aggressiver Biker. Ja, passt auch richtig zu unserem Bikerfreund. Mit diesem Fla BB ist er bestimmt hart angesagt unter den Bikern. Wenn er jetzt noch eine Blume rausholt, ne, dann lache ich. Ja, aber ein Jigglypuff. Nicht unbedingt das Pokémon gegen das wir kämpfen wollen. Lass ich mal Choralla ran. Ist das mit Peurboy gewaschen? Nein, mit Choralla. Bubble. Bubble, 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 Bubble. Dann setz ich halt Härtner ein. Solange mein Zeug disabled ist. Und nochmal auf 2,0. Ah, Crit. Was war das denn? Nochmal, Herr Härtner. Wann ist denn das endlich wieder defensiert? Ja, so Choralla überrascht mich. Okay, mit 3,0 bin ich jetzt schon gut dabei und dann becover ich einfach. Und jetzt kann ich wieder Blubber einsetzen. Das finde ich jetzt schon wieder frech. Oh, ich wollte mich frech einsetzen und nicht geklappt. Was? Das war aber ganz schön viel abgezogen. Erstmal, Herr Härtner. Und jetzt auch noch meinen Attack gesenkt. Dafür habe ich jetzt mittlerweile 4,0 Defend. Und nur noch 0,5 Angriff. Aber jetzt kann ich wieder Bubblen. Ja, geil. Mach halt meinen Angriff runter. Bubble ist special. Dummer Biker. Aber ich habe auch nicht viel von diesem Biker erwartet. Choralla macht einen guten Job, einen Job zu machen. Da haben wir auch was Schönes. Nämlich ein Antidote. Dum, dum, dum. Wollte ich nicht irgendwas erzählen? Ich habe 15 Euro auf der Straße gefunden, Leute. 15 Euro. Einfach gefunden. Also eigentlich lagen die auf dem Boden. Aber für mich ist das gefunden. Also die lagen irgendwo. Oh, geil. Ein Basketball. Was ist das? Vielleicht gibt es hier wieder. Und wieso gibt es da so viele Locario-Statuen? Weil ich bin der Meinung, wer findet das, behalten. Und ich fuhr da so mit dem Fahrrad lang. Und ja, dann lag das da so rum. Gucken wir mal, haben wir noch mehr. Super Potion. Können wir alles gebrauchen. Dann hast du nämlich das Gefühl, dass wir das wirklich brauchen. Hier irgendwo ein Loch. Hört sich auch echt gruselig an, was hier abgeht. Erstmal Stein überprüfen und gucken. Vielleicht gibt es ja auch wieder wilde Pokémon. Oh Mann, spätestens jetzt, wissen wir es gleich. Ach du meine Güte. Ich stehe ja auf Rätsel. Wenn ich jetzt da reingehe oder so. Dann ist hier Gras. Wollen wir doch mal, was da für Gras ist. Was uns hier drin erwartet. Vielleicht ist da ja ein Pokémon, was wir haben wollen. Vielleicht. Vielleicht ist es aber auch nur ein Kleinstein. Was wir nicht haben wollen. Aber ich gebe ja die Hoffnung nicht auf. Vielleicht kommt jetzt auch ein Zubat. Nö, aber ein Kleinstein. Okay, damit ist bewiesen, da brauche ich gar nicht mehr, weiter reinzugehen. Natürlich werde ich jetzt jeden Raum überprüfen müssen, Leute. Da haben wir nämlich ein TM. Ist das unsere erste TM, ja, ne? Das erste TM und sie ist. TM 104. Ja, 104 einfach. Einfach 104. Da hat aber jemand vor, echt viele TM's in dieses Spiel einzubauen. Haben wir einen Pokéball. Oder Charcoal. Charcoal, krass. Habe ich irgendein Feuer-Pokémon? Nö. Wie immer. Hätte ich jetzt ein Feuer-Pokémon, ne? Geil. Habe aber keins. Okay. Diese Seite ist fertig. Nächste Seite. Hallo. Was erwartet mich hier? Ein Sonderbonbon. Sonderbonbon, ja. Gehör nicht mir. Mal setzen wir mal Chorasson nach vorne. Bei Chorasson zu trainieren, macht mir echt Spaß, Choralla. Hey, wie sie aussieht. Weil die kann auch einiges aushalten, ne? Mit Herdner ist du dann gegen, äh... Ja, ein Sondam. Sondam. Nicht Sondam. Ja. Enttäuschend. Dafür kriegt ihr auch gar keinen Schaden. Aber vierfach Pflanzenschwäche. Boah, ey, die wäre schneller auf dem Haus. Wir gucken, was ihr noch erwartet. Ein bisschen rumgucken müssen wir ja. Und ich habe gehört, euch stört es auch nicht. Tyrogue. Könnte man überlegen zu fangen. Aber eigentlich mag ich weder Kekli noch Nokcan. Und Capoeira. Weiß auch nicht. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass man hier einen Tyrogue bekommen kann. Passt mir aber momentan nicht so in den Kram rein. Blub-Strahl. Ja, wunderbar. Natürlich für Blubber. Kommt nämlich auf selbe drauf aus. Ta-da. Hier können wir auch weitergehen. Ja, auch noch ein Doppelkampf. Wohin habe ich das denn verdient. Na, guck mal. Wenn wir erst da dran sind, dann zumindest... Wow, Quick Attack erst mal. Kriegt auf jeden Fall unser Thunderbolt ein Parle... Oder auch nicht. Schade, Thunderbolt. Schade. Vielleicht überlebst du ja diese Runde. Du hast diese Runde überlebt. Glückwunsch. Und jetzt kannst du tatsächlich... Warte mal was Nützliches machen. Der hat Geodude besiegt. Thunderbolt Respekt. 5. 6. Wow. Ich habe mehr erwartet. 2 Level? Ich habe mindestens 4 erwartet. Bis mindestens erwartet auf Level 8, 9. Boing. Naja. Nächster Raum. Und darin befindet sich... Eine geheimnisvolle Tafel. Die wir nicht lesen können. Wieso nicht? Bedeutet sie etwas? Wir wissen es nicht. Wenn sie kognitiv sind, dann weiß ich aber nicht welche. Vielleicht müssen wir auch mit der Ocarina of Time zurückkommen und... ...nen Schutz uns gönnen. Gönnt ihr den Schutz gönnen? Sehr verrückter Tempel, muss man dazu sagen. Okay, hi. Nun haben wir dich, Riolo. Es gibt keinen Ausweg. Ich habe das Gefühl, ich kriege nur Riolo. Hör auf, weg, Frei. Du bist nun unsers. Verpisst euch an den Pokémon. Ach, wenn das nicht Nora ist. Ihr Kultisten, ekelt mich an. Ihr habt nicht mal genug Empathie, die Leben zu verletzen. Die Lebenden zu verletzen. Erst foltert ihr sie, dann kippt ihr sie und dann tötet ihr sie. Ich werde euch ein Ende setzen. Wenn es das ist, wenn es... ...nicht anders gibt, muss ich das mit meinen eigenen Händen tun. Oh, fantastisch. Kinder, welche denken sie wären Helden? Äh... Werden Sie zwar euch bitte um sie kümmern. Ich habe echt Besseres zu tun. Ich hoffe, ihr seid bereit zu verlieren. Aber es ist cool wie Klusch. Ich glaube nicht, meine Freunde. Ich glaube, wir werden die crushen. Ja, aber es fängt schon scheiße an, indem ich mit einem Choraller eröffne. Dum, 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 dum. Jetzt muss ich gezwungenermaßen einwechseln. Obwohl, guck mal, vielleicht kann Sander, wollte er jetzt auch mal was machen. Erreichen, auch wenn er 1.000 Level unter und runter ist. Vielleicht sitzt er ja nur so was wie Watergarden und Töten. Mich von Held, richtig. Schade. Ah, es war ein Versuch wert. Vielleicht habe ich ja bald die Chance, äh... ...ne? Wieder mal zu tauschen. Twister. Wow. Zieht immer fast genau richtig ab und dann doch nicht. Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. Skreip. Twister. Feint attack. Muss ich echt aufpassen. Twister. Feint attack. Ui. Ja, ich habe ja noch Choraller. Und zur Not habe ich auch noch Delta Trade. Auch wenn Delta Trade nicht viel machen werden können. Tun. Ein Crit ist zwar nicht so effektiver, aber hat immer ein Crit gegeben. Nö, 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 nö. Krebskorb, Krebskorb. Ich setze jetzt Delta Trade aus Prinzip ein. Ich glaube, der kann Krebskorb ein bisschen verkrüppeln. Da müssen wir vor ihm auch keine Angst haben. Oh ja, Zen Attack. Zen Attack. Erst mal richtig die Accuracy im Arsch. Okay, der setzt seine Defensive hoch. Wir greifen sowieso mit einer nicht effektiven... Ähm... Attacke. Wow. Status Effekte, die daneben gehen. So ist es auch echt selten. Dun, 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 dun. Erst mal richtig verkrüppelt. Also er dürfte fast gar nichts mehr treffen mit 0,33. Wenn er trifft, ist es nicht so schlimm. Also... Nö, nö, nö. Das war ein Crit. Wow. Delta Trade haut aber auch einen Schaden. Okay, er hat zwei Wände miteinander mit Bubble getroffen. Das ist schon greif. Aber uns macht Bubble auch nichts aus. Von daher... Bubble Beam. Hui. Und gucken, wie viel das abzieht. Ja, ist frei. Ah, das war ein Crit. Bubble hat getroffen. Bubble Beam. Zieht auf jeden Fall genug an. Zieht auf jeden Fall genug an. Ah, mein Speed wurde gesenkt. Frech. Wir haben trotzdem gewonnen. Habe ich das anders von uns erwartet? Niemals. Schildliche Impotenz. Ah, ihr beiden seid einfach nur pathetic. Ich kann mir immer noch nicht glauben, dass ihr zu solchen Kindern verloren habt. Missy, sie hat... Ich wollte eure... Pathetic... Eure... Ja, eure dumme Entschuldigung nicht hören. Ihr habt verloren und das ist unakzeptabel. Ihr werdet auf jeden Fall... Dementsprechende Strafen erhalten, wenn wir zurück sind. Missy hat Celebi. Ein Celebi, sagst du? Nun, das ist interessant. Wenn das wahr ist... Nun, gut, dann werde ich mich mit dir anlegen, Kent. Aber warte noch eine Sekunde von nun. Ich bin hinter diesem Pokémon hierher. Oh, das ist Lucario. Ah, wie süß. Die Mutter kommt, um ihr kleines Kind zu schützen. So wie es aussieht, hatte der Plan erfolgreich. Die Mutter Lucario hat den Bait perfekt wahrgenommen. Nun los, Leute. Ihr wisst, was Lucarios Spezialität ist. Wir müssen ihn fangen, bevor... Oh, nein. Yo. Grants, wir sollen's verpissen. Rrrr. Tsch, tsch. Hä? Was hat er damit gemacht? Rrrr. Lucario, was war das? War das, was man eine Mega-Entwicklung nennt? Rrrr. Lucario. Ah. Ich bin hier hingekommen, weil ich dachte, es wäre interessant, die zu erforschen. Aber ich bin froh, dass ich rechtzeitig gekommen bin. Diese Kultisten waren vom Abyss-Kult. Ich weiß nicht viel über sie, aber... Und was sie tun. Aber ich weiß, dass sie Kyogre lieben und so. Und also verehren. Und sonst nichts. Boah, ich gebe es zu. Ich hatte Angst. Ich wollte nicht das Celebi benutzen, aber ich hatte keine andere Wahl, bevor sie Riolu Schaden zufügen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber ich denke, dass Lucario ist wirklich sehr approved hat, dass wir mit denen uns angelegt haben. Mega-Evolution, hä? Ich habe davon schon mal gehört. Ich weiß zwar nicht viel darüber, aber ich werde mich mal umschauen. Diese Ruinen hier waren auf jeden Fall verbunden mit Lucario. Und sie haben gesagt, dass Riolu nur ein Bait war. Es muss also irgendwo... Also irgendwas an Lucario wichtig sein. Könnte es sein, dass der Abyss-Kult auch die Mega-Evolution erforscht? Ich muss gehen. Ich muss unbedingt mehr herausfinden. Ich sehe dich dann hier. Okay. Kann ich da hoch? Nö. Aber ich kann da rein. Und das nehme ich in Pokéball. Beziehungsweise in Spell-Tag. Ja, und wenn ich jetzt auf der anderen Seite reingehe, ne? Und dann wieder in der Mitte bin, dann beendet das unsere... Schöne Stunde. Unsere schöne Stunde. Das waren 20 Minuten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Gutes Projekt. Demnächst fangen wir Pokémon und nennen die nach euch. Das habe ich auch alles gelesen. Wer welches Pokémon haben will, beziehungsweise überhaupt ein Pokémon akzeptiert und so. Ja. Bis dahin, Leute. Was soll man da noch zu groß sagen?